Hey, liebe Grüße aus Seam aus der Weiderskoll, ich und das gesamte Lufthansa-Team wünschen euch schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit. Als kleines Präsent dieses Seam Adventskalender haben wir vor euch einen Cocktailgutschein, wo ihr die Cocktails zum Happy Hour Preis bekommt. Vielleicht den QSA Nightfly, QSA Mule, sucht's euch aus. Wir sehen uns, ciao!